Am Freitag konnte man bei der Saalförde-Einkaufsnacht shoppen bis um Mitternacht. Kurz bevor es richtig losging, sorgte der Wettergott erst einmal für eine Dusche von oben. Nach dem Regenschauer lockten die Händler zwischen dem Blankenburger Tor, dem oberen Tor und rund um den Markt mit ihren Waren, teilweise auch als besondere Angebote reduziert, alle Kaufwilligen in die Fußgängerzone. Von Schmuck bei Juwelier Schneider bis hin zu Anzügen bei Kaufhaus Moses. Das Kaufhaus Moses verlängert seine Prozenteaktion gleich mal noch bis zum 4. Juni, bevor die Umbaumaßnahmen starten. Für gute Laune sorgte Peyote mit Blues und Rock'n'Roll am Marktplatz, na und für das leibliche Wohl war natürlich auch gesorgt. Wir nehmen sie jetzt mit zu einem Stadtbummel durch Saalfelds Innenstadt. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Musik 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 Musik